ich hab da er wird weg ja ja das ist die Tremor und der Glanzrecht kommt und die Gernay nur wenigen in der Tat hat man empfohlen in der Tat er würde ich übernehmen was vorgelegt und wenn ich damit denke er geht noch und er wird hey wir sind bei der Wette geschummelt eigentlich er keine Ahnung der meinte so okay ich hab so ich hab jetzt mit Pissi gemacht man, ja ne das können Sie vielleicht... Maaan guck mal wen hab ich denn noch da? Agro Peter oh nein Alter ja obwohl, ne lass ihn ein, lass ihn ein Vegas oh mein Vegas will die auslachen vom Beinsten ja ja also gleich Koran an also oder Killermieze Killermieze, oh die ist süß okay lass Killermieze ein, also einer... ah ne, 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 der will mich jetzt einladen nein, nein Digga, wenn du jetzt reingehst und mich... geh kurz bei ihm rein und sag ihm er soll hier reinkommen geh kurz bei ihm rein und sag ihm er soll hier reinkommen Auto, also schätzt du willst unbedingt das das Ding, also von denen ja meine ich jetzt so, also keine Ahnung so ich hab da schon mal Warteding eingeladen, ähm wie heißt er nochmal? du homo, Elijah? nein ich würde... ich würde es unbedingt hören als ein Mann mein Kumpel kann mich leider keine ADP vorher ausladen das ja 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 ich werde was ich werde den sehr gerne holen mit dem drucken da war es nicht Prozent Obo ja warte mal ich mit meinem besten Prozent einladen nur ein ein Pio er hätte ich gewollt wie der Hörstel Prozent Der nimmt erstmal alles auf und in der Party, der eine Wette verloren hat, der und jetzt zeigen, wie homosexuell er ist und dabei sind. Hey, ich bin schwul, nein, schmoss, Digga. Aber das kommt jedenfalls auf YouTube. Oh, nee, ne, schmoss. Oh, nee. Ja, aber, ey, wir haben bei 8 Mann gesagt, nee, ich will nicht 2 mal vorsichtig sein. Ja, warte doch, warte doch. Ja, wir sind ja noch nicht fertig. Ja, Jungs, ey, ihr könnt mir gerne viel zu sagen, ne, dann lass ich das mal so ein bisschen melden, dass das diskriminiert ist. Nein, schmoss. Ach, so, ey. Du hast das gemacht, nicht wir. Ja, ja. Und du hattest noch, dass er sich gestern ein von Headset drum holt. Oh, Gott. Danke, Leute, und ich bin nicht mehr. The Black One. Boah, der Bühel kommt auch nie rein, die mögen mich alle nicht. Oh, nein. Nein. Ja, nein. Digga. Ey, Nina, warte. Warte, ich muss Stopp und mal langsam anmachen. Nein. Oh, Mann. Du startest in 10 Sekunden. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich bin schwul, ich wumms gerne Männer, vor allem der Dusse kenne. Ja, halt mal die Fresse, halte mal die Fresse, Alter, was ist denn los? Ich mag Dildo's, bis er in der Hand ist und der los. Ja, was will der jetzt von mir? Ich bin schwul, ich bin schwul, ich bin schwul. Ja, der hat eine Wette verloren und der macht das nur, wenn acht in der Party sind und so. Und da meinte, Shadows, ja, lass nur einen einladen, der noch gut ist. Ah, du bist schwul, ich bin schwul. Ich bin schwul. Ja, keine Ahnung, der meinte, ich würde dich einladen. Er wollte dir was vorsingen. Ich? Ja, extra für Nina. Ey, Kollege. Oh, ja, was willst du denn von mir? Ich will nicht, Leute, diese ganzen Typen wollten nicht einladen, damit du bist, dass ich meine Wette verloren will. Hallo, was? Du bist hier mir aber scheißdreck. Ah, siehst du? Ja, dann lass ich doch in Ruhe, Alter. Warum ich, die haben dich doch eingeladen, Mann. Na, du siehst mir was vor, von wegen du bist schwul oder so, das wüsst du nicht immer, das ist so, dass du mich nicht so jetzt, Mann. Oh, Mann. Okay, danke, nee, nee. Na, ich verpiss mich. Ich gebe dir noch ein Tipp, wenn du das legst, da komm ein Stimmbruch, Alter. Das ist ja, die sind eine Zwölführe, keine Missgeburt. Haut rein. Ciao. Das war die Bestrafung, obwohl ich's... Olli, direkt hochladen. Ich stelle so... Also, wir machen... Digga, lass noch mal eine... Nein, ich mach jetzt noch mal, Digga, du musst singen, ich weiß, ehrlich, ich versprich dir, ich lade jeden, der... Digga, komm, ich start noch mal. Komm.